Die Hauptinformationen. Funktioniert super mit zwei Männern, ich weiß. So, ihr seht die Kampf da hoffentlich, wir unterstützen jetzt die Inf. Das ist das Einzige, das ist nicht satisfying. Oh, das ist die Poa, komm her. Also das Reiten an sich ist sogar satisfying, aber nicht das zu beschlagen. Ach, na klar. Genau das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das Reiten an sich ist sogar satisfying. Nein. Saugnasse. Sehr schön. Warte, ich komm, ich komm, ich komm. Halt ihn. Achtung, einer kommt ab. Gute Gelegenheit. Ein bisschen nach rechts. Ein bisschen nach rechts. Ein bisschen nach rechts. Ja. Ah, schade. Noch einer. Jawoll. Alles gut. Hurra. Ich komm von rechts. Ich schränke irgendwie wild. Nein. Ich lasse mich halt mal her auf den Zug. Ich hab' den Schaden. Ich hab' den Schaden. Ich hab' den Schaden. Oh, der Schaden. Oh, der Schaden. Jemand hat Rausch. Ah, ah. Ich weiß mal, Rausch. Entschuldigung. Ups, 70 Damage. Und tot. Jawoll, sehr schön. Und hinter mir einräumen. Komm, noch mal gucken ab. Du siehst wie hier, die ausschießen. Schießen du auf uns? Ja. Ja. Wir halten uns. Wir müssen uns geschossen haben. Doch, sie sehen uns. Vergesst es, vergesst es. Nein, nicht rein. Nein, 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 nein. Wir machen nur mal ein Glanzmann über. Wir werden uns an dich erinnern. Ich konnte auch nicht rüberspringen. Ich hab' den nicht gerade eine Munition gesehen. Ey, die pushen rechts ums Haus rum, ne? Wir stehen jetzt rüberspringen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh. Ich hab' ne Lanze. Weißt du, was die Lanze ist? Ich hab' den Musketen abgucken. Ja, so lebt ihr euch. Jetzt. Ja. Jawoll. Oh. Das muss ein Kill sein. Lass rumhalten. Lass rumhalten. Ja. Komm von hinten. Lass rumhalten. Lass rumhalten. Lass rumhalten. Ja. Oh. Mein Gott war das schön. Oh nein, nein, nein. Aufgeworfen. Oh mein Gott. Ich hab' doch oben geblockt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben gerade so starkes Teamplay gemacht und dann meine letzten zwei verkackten. Egal. Ja. Ja. Man muss sich nicht halten. Ja. Man muss sich auch irgendwie nochmal anders spielen. Ja. Wenn wir auf unserer Höhe sind, machen wir alle Leertasten. Und jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und mir nach Marsch. Watch out. Kaff. Das wird ein schönes Kampfbohrnehorn. Ah f***. Ehm. Sechsundersicht damage da einer. Boah. Das ist. Joooo. Einer ist schwach. 2 Daumen! Sehr 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 Oh valla, der ist geil Nein, ich zoffe Ah nein! Egal, machen wir es wieder Nein! Bin halb, bin halb 42 42 Schaden hat der rechte jetzt Ich hab den auch schon Warte, komm jetzt mit auf den Ja, fack, bin low, bin low Ja, äh, spiel ein bisschen mit mir Von der Zuge, als Bade Keine Bank mehr noch Ja, nochmal 40 Damage Kann jetzt aber auch mal sterben, langsam Warte, dass wir gegen den Stein drücken Ah, schade 62 noch aufs Pferd Hinter dir, hinter dir Oh Gott Vorsicht Oh, zu spät Ja, schade Warum das hast du? Ja, schade 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 Ja, das hast du Nein! Jawoll Nein! Oh, dieser Lass ihn sonst zum Pferd gehen Lass ihn sonst zum Pferd gehen Hm, ja, nimm Ja, ich glaub du hast bessere Chance, ihn zu töten, wenn er aufsitzt Was, ein Gentleman Ja, es hat keinen Sinn gegen Impft zu spielen Glaube ich tatsächlich nicht mal Ach, nice try Boah, kackig Naja Neller als wir Weil die gerade ausreiten, schade ich Und wir halt so schlenker machen Achtung, schade Nein! Ja, danke Einfach weh drücken, einfach weh drücken So, und jetzt gehen wir rein Drei, zwei, eins, Charge Ja Einer ist gefreilt So lange dauert zu wenden, ist eigentlich wirklich so ein Überraschungsmoment da Weil einer hat 50 damage Hm, wir müssen ein bisschen zusammenbleiben Er ist fast tot Uff, zweischläge getankt Ah Oh Jungs, das wird schlecht Ah, Clutch or Kick Das kriegst du hin Was mich richtig abfuckt, ist wenn du Einen Schlag blockst Und direkt danach Wieder zum Linksschlag ansetzt Ist der Schlag Von deinem gegenüber Sowas von viel viel schneller Also theoretisch kannst du glaube ich Einen einfach mit Linksschlag zuspammen Also eigentlich genauso wie in der MD Aber da ist es noch einfach rauszukommen Nein, die sitzen Aber alle echt ultra lowfox Also ich glaube ich hab drei Leute richtig fett angehittet Seh mich nicht raus Boah Schade Ah, Mistschwein Oh Gott Kein Schwert ausgelebt Du 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 Okay, und jetzt sollten wir in den Charge gehen Jetzt drehen sie nämlich wieder um Ah, schade Ah, schade Ah, schade Wo bist du? Oh, hier ist ein einzelner Ah, da hinten sind die anderen Haben wir jetzt Jaja Haben die ihren Hauseigeln her Ich glaub ja, ne die anderen sind drin Hauseigeln her Watch out Ah, jetzt wurde ich grad gesandwiched Boah Da hab ich den Stack grad schon gesehen Einen hab ich jetzt nicht gedrückt Oh, die Inf schießt rein, passt auf Die Inf kommt Nein, versuche ich sie oben zu halten Ne, ne, unsere Oder Nein, das ist unsere Die kommen Die kommen Naja, die verpissen sich schon wieder Die verpissen sich schon wieder Ja Ja, kommen wir nach Achtung, in das hinten Zu 3 Oh, 75 Damage Ich bin desmorted Uff Geil, come on Ich hatte 75 Damage Auf den einen Wie kann der denn nicht tot sein? Allgemein, dass der nur 75 Damage hatte Ist einfach ein Witz Geben die mir jetzt das Pferd? Oh, die geben mir das Pferd Ich höre das 2 Leer wohl gar nicht Boah Oh, 141 Damage Wünschlich Boah, ne, pass auf dich Das war so sanklich Ja, das Problem ist Dein Du musst viel mehr eigentlich Für die Sekunde nützt Und den kann das Zu schlechter Als das In jeden Fall was Ja, ja, ja Ja, ja, ja Oh Gott, vielen Dank Ja, klatschen, okay Oh Hallo, ist klatsch Hallo, ist klatsch Oh, wow Nein, das ist doch nicht Nein, das ist doch nicht